Und dann Moinsen zu Teil 2 des Dreiteilers hier, wir können natürlich ganz klar gerne Teil 1 anschauen, wer es nicht getan hat, da ging es um Polizei vorm Spiel, natürlich dann auch Statistik und so weiter zum Sieg gegen den BVB, jetzt hier Zwischenfazit in der Spielpause und so ein bisschen VfB News Mischmasch. Es ist Zeit für ein Zwischenfazit, auch hier wieder der glanzklare Hinweis zum Port Cannstatt, im Donnerstag 16 Uhr, da auch schon mein Einschüler dabei gewesen zum Zwischenfazit vom VfB, da ein paar Statistiken auch hier mit dabei, aber auch ein bisschen mehr noch in der Folge und sowieso auch Fokus gewesen in der kompletten Port Cannstatt Folge, gerne reinhören da. Der Drittel der Saison ist gespielt, sag mal so nach 10 Spielen kann man so eine erste Richtung machen oder das erste Fazit ziehen, dass das irgendwie sinnig ist, jetzt haben wir schon 11 Spiele hinter uns. Und auch das nochmal, bevor jetzt die ganzen krassen, also positiv krassen Stats kommen, habe es auch vom Dortmund-Spiel, glaube ich, schon gesagt gehabt, wir standen am letzten Spieltag der Saison, vor fünf Monaten, vor einem halben Jahr, standen wir 15 Minuten vor Abpfiff, 0-1 gegen Hoffenheim. Es hat ein Tor von Schalke in Leipzig gefehlt, um direkt abzusteigen, um das nochmal klar zu machen, wo wir herkommen und was hier gerade jetzt an Statistiken und Zahlen dasteht. Ganz vorne ran auch da, der Macher davon mit der Mannschaft ganz klar und mit natürlich Manager und so Geschichten, riesen Respekt vor Sebastian Hoeneß und man kann gar nicht genug Hüte ziehen, das ist unglaublich, das ist unfassbar. Wettbewerbs- und saisonübergreifend liefert der bisher 2,08 Punkte pro Spiel ab. Ein unfassbarer Wert, jetzt aktuell Tabelle, Platz 3, 11 Spiele sind gespielt, 8 Siege, kein Unentschieden bisher, aber mal gucken, wann die Serie bricht. Drei Niederlagen, 29 zu 14 Tore, also plus 15 und eben 24 Punkte auf dem Konto. Letzte beiden Saisons hatten wir jeweils 7 Siege nach der kompletten Saison. Nach 34 Spieltagen, jetzt sind es schon 8, auch das schon jetzt gebrochen, das ist brutal. Für die 29 Tore haben wir letzte Saison auch 24 Spiele gebraucht, statt eben jetzt 11. Zweitbester Bundesliga-Saisonstart vom VfB aller Zeiten, 2003 waren nur besser, hatten wir schon 27 Punkte nach den 11 Spieltagen. Letzte Saison wären wir auch tatsächlich mit den 24, die wir jetzt aktuell haben, erster gewesen nach 11 Spieltagen. Das zeigt auch mal, wie krass das hier alles gerade ist. Und sogar das, obwohl wir wahrscheinlich durch die letzten drei Spiele vor allem, das waren so ein bisschen ein paar Ausreißerspiele in Sachen Effizienz vor allem, wir sind sogar gerade nach Understat beim in Sachen Unterperformen ein bisschen dabei. Ganz, ganz leicht, 1,71 Punkte weniger geholt, als zu erwarten sind aktuell. Also wir stehen genau da, wo wir hingehören, beziehungsweise nach der Tabelle mit Expected Goals und den 1,71 Punkten mehr und eben bei den anderen Klubs auch die Entwicklungen da in den Werten, wären wir sogar Zweiter. Wir wären sogar Zweiter nach der Expected Goals-Tabelle. Und auch brutal, nur nach dem Spiel bei Red Bull Leipzig waren wir außerhalb der Top 4, ich glaube Platz 9 oder sowas war das. Sonst waren wir einmal auf Platz 1, dreimal auf Platz 2, fünfmal auf Platz 3 und einmal auf Platz 4 nach den Spieltagen, nach den zehn anderen Spieltagen. Das ist auch brutal so, also einfach Kontinuität da oben immer dabei. Wie gesagt, das wurde uns nicht zugeworfen, gerade Expected Goals angesprochen. Wir stehen da schon echt verdient da. Achso, ist einfach so. Zehn Punkte auf Platz 8, also auf den ersten Platz ohne Europa, ist auch schon eine richtige Marke. Wie gesagt, ich will jetzt hier gar keine anderen irgendwie Ansprüche setzen oder sowas, eine Zielsetzung irgendwie auf einmal hochschrauben, will ich gar nicht. Aber um das mal im Kopf zu haben, zehn Punkte Abstand auf den ersten nicht-europäischen Platz ist krass. Und natürlich direkt zum Runterkommen, direkt zum Einordnen-Thema, Thema Erwartungshaltung, was natürlich auch brutal wichtig ist und auch unfassbar ist. 17 Punkte sind es aktuell. Abstand auf Relegationsplatz 16 plus, wir haben ja auch ein Top-Torverhältnis, das ist wahrscheinlich so gesehen auch rechnerisch 18 quasi. Wenn man das noch mitnimmt in den einen Punkt, den wir Vorsprung haben, so gesehen durchs Torverhältnis. Das ist schon ein Abstand. Wunderschön. Das ist einfach nur wunderschön. Jetzt individuelle Werte, also alles kompletter Bundesliga-Vergleich, jeglicher Kader, jeglicher Spieler aus der Bundesliga. Stiller ist hier Platz 4 in der Liga in der Passquote, 93,55 Prozent im Schnitt. Führig ist geteilt Dritter in den Vorlagen, fünf Stück Gerasi ist zweiter in den Toren, 15 Stück Kay noch besser, aber noch ein paar mehr Spiele gehabt. Und eben der Torschnitt, wie vorhin gesagt, ist sogar schlechter bei Kay, also pro Minute. Silas, der geteilt schnellste Spieler in der Liga mit 35,97 kmh. Jetzt Vereinsvergleich noch, also hier natürlich alle 18 Bundesliga-Vereine. Da sind wir Platz 6 in den insgesamt gewonnenen Kopfballduellen, sind Platz 5 in den insgesamt gewonnenen Zweikämpfen, Platz 3 im Ballbesitz im Schnitt 56 Prozent, Platz 3 in den Torschüssen und in den Toren, 175 Torschüsse, 29 Tore. Und auch Platz 3 in der Passquote, 87,6 Prozent im Schnitt. Und auch schön, wir spielen gut und fair. Wir sind geteilt auf Platz 18 quasi, ich glaube geteilt 17, da steht es dann offiziell da. In Sachen Karten in der Liga, nur 15 Karten bekommen bisher. Und ich glaube, das Ganze, was ich gerade vorgetragen habe, auch, wenn man sich das nochmal durchliest, hört, wie auch immer. Ich glaube, das holt selbst die Leute ab, die jetzt normalerweise Statistiken weniger jucken, weil es einfach ein geiles Ding ist. Einfach geht runter wie sonst was. Was auch dazu gehört, was ich auch mit ansprechen will, in einem Zwischenfazit, Transferphase und Durchstarter. Es spricht ja, ich will denen auch alles gar nicht, ich will denen keinem was nehmen, gerade am Ende und sowas nicht was nehmen, was sie bei uns geleistet haben. Darauf will ich gar nicht hinaus. Aber einfach von der Stärke des Kaders, von der Stärke von der Transferperiode, muss man es ja so ganz klar und so hart sagen, es spricht ja hier keiner mehr über Mafropanos, Endo, Sosa, Tomas, diese ganzen Ablänge, es spricht keiner mehr darüber. So, es ist kein Thema. Es ist einfach kein Thema. Es ist ein Riesenkompliment an alle im Kader und natürlich vor allem an die, die auch mit dem Kader zu tun haben. Wohlgemut und Co., Riesenkompliment. Ein paar Transfers mal hier rausgeholt. Gerasi zählt ja dazu, die 9 Millionen, Riesentransfer, muss man ja ganz einfach so sagen. Form seines Lebens. Stiller Weltklasse-Transfer auch, 5,5 Millionen waren es ja, glaube ich, sofort funktioniert. Von Startelf, Einsatz Nummer 1, sofort funktioniert. Passquote vorhin angesprochen, mit Atada im Mittelfeld, brutal. Nübel auch eine bockstarke Laie, muss man ja auch ganz klar sagen. Torwart, Riesen-Upgrade. Und darf eine bockstarke Laie, auch vom Typ her und alles, was er natürlich sportlich bietet. Vorlagen, Tore, Roh, auch eine Laie, auch top. Mittelstädt auch ein durchaus überraschender Top-Transfer, muss man ja ganz klar sagen. Auch wenig Geld gekostet, der kämpft sich immer komplett rein. Was heißt, wird dazu, ich glaube, er ist es schon so ein bisschen Fanliebling. Auch Top-Transfer und eben, auch ganz wichtig, spielt sich fast, würde ich mal sagen fast, bei manchen vielleicht ein bisschen übertrieben, aber bei manchen schon eigentlich fast in die Richtung, wie Neuzugänge sich anfühlen, muss man ja so sagen. Anton, vielleicht sogar noch mal besser. Der ist sowieso Dauerbrenner, da müssen wir auch nicht drüber reden. Aber vielleicht sogar einen Tacken besser noch als die letzten Jahre. Daxo ist endlich richtig da, richtig da. Top-Wert, ich glaube, sogar der beste Kopfballspieler der Liga oder auf jeden Fall da oben mit dabei, auch in Sachen Zweikämpfe und so. Brett da hinten drin, hast du auch lange gewartet, ist jetzt endlich richtig, richtig da. Ito, problemlose, ja, jetzt hat er mal wieder eine Dreierkette hinten gespielt gegen Dortmund, aber problemlos diese Sosa-Rolle auf LV eingenommen. Auch Wahnsinn, der Typ ist sowieso geil, auch seit Ewigkeiten einer von den absoluten Lieblingsspielern beim VfB. Karassoa ist immer underrated. Mio hast du jetzt auch gesehen, auch bei seinem Ausfall in Heidenheim vor allem auch, neben dem Comeback gegen Dortmund, wie brutal wichtig der ist. Und auch im selben Arschanzug wie der komplette Kader ja auch, wie brutal jung die alle noch sind. Das ist unglaublich führig, ist auch endlich kalt vor der Bude. Entscheidungsfindung, der blüht richtig auf, nicht umsonst Nationalspieler geworden. Einfach nur wow. Es ist einfach auf gesamten Kader gesehen nur, Stichwort hier drinstehen, einfach nur wow. Ist einfach so, Marktwert nun auch um über 50% erhöht. So ist es richtig, nun über 180 Millionen Marktwert am Start, damit Platz 9 in der Liga. Und das mal so ein bisschen, ja, das mal so ein bisschen mit reingenommen quasi, wenn man sagt, je nach Marktwert sollte auch ein Tabellenplatz aussehen. Ich glaube, mit Platz 9 wird sich keiner beschweren nach Saisonende. Und vor allem vor der Saison, vorhin angesprochen, der letzte Spieler, in der Koffenheim-Relegation, hätte jeder mit Kusshand genommen, den Platz 9. Aber in der Saison, ohne auch da jetzt überdrehen zu wollen, sage ich immer so ein bisschen als Disclaimer mit rein, aber der Saison sind echt keine Grenzen gesetzt. Ist einfach so aktuell. Auch oft gesprochen über vermeintlich einfaches Auftaktprogramm. Wir haben trotzdem auch Wolfsburg geschlagen. Wir haben auch jetzt Dortmund geschlagen. Klar, jetzt kommen noch ein paar schwierigere Wochen. Die richtigen Top, Bayern, Leverkusen kommt noch. Aber ich glaube, mit dem Dortmund-Spiel soll mir klar gezeigt haben, dass es nicht an einem vermeintlich einfachen Anfangsprogramm, Auftaktprogramm gelegen hat. Und auch, was ich noch mit reinnehmen wollte, was auch wunderschön ist, auch da online, aber auch in Podcasts, wie auch immer. Wir sind ja auch einfach, muss man auch einfach ein bisschen selbst sich loben oder sowas. Wir sind ja auch ein geiler Verein. Geile Fans, geile Stadion, geile Tradition. Früher oft oben dabei gewesen ist, auch viele Jahre Scheiße durchgemacht, fast Jahrzehnt Scheiße durchgemacht, muss man ja fast sagen. Und da auch schön, wie sich auch wirklich gefühlt ganz Fußball-Deutschland mit uns freut. Wenn es, keine Ahnung, beispielsweise Leipzig oder so einen krassen Europa-Run macht oder sowas, das interessiert ja keinen oder sowas. Oder andere Vereine jetzt, Hoffenheim auch krass oben dabei. Juckt auch nicht so viele, weil einfach nicht so viel dahinter ist. Aber ich glaube, wirklich sehr, sehr viele in Deutschland, gefühlt fast ganz Fußball-Deutschland von den großen Kanälen, in den großen Podcasts, wie auch immer, freut sich für uns mit und gönnt uns das und freut sich für uns. Das ist auch ein super schönes Gefühl. Ganz klare Geschichte, traumhaftes Saisonstart, traumhaftes Zwischenfazit. Einfach wirklich genießen, 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 solange es so läuft. Jetzt ist gerade Länderspielpause, auch einige verreist. Hier kurz der Check. Gerasi mit Guinea zum WM-Quali. Silas Kongo auch WM-Quali. Ito auch WM-Quali mit Japan. Jong dasselbe auch WM-Quali mit Südkorea. Stergius sogar als Kapitän. Schweiz U21 EM-Quali. Milosevic U19 EM-Quali mit Serbien. Eigentlich wären auch Führig und Mio verreist. Aber Führig hat es für deutsche Testspiele nicht dabei, nicht mitgereist. Leider durch einen Infekt. Anton leider nicht nominiert worden. Das ist ein größeres Thema. Ich hoffe, der kriegt irgendwann seine Nominierung. Klar kann man auch wieder sagen, es ist doch besser, wenn er hier ist. Keine Verletzungsgefahr oder so. Ich glaube, dem Spieler wird es schon gut tun. Er hat sich auch absolut verdient über die letzten Saisons. Oder vor allem diese Saison eben auch aus der aktuellen Leistung raus. Kannst du den 100% mitnehmen. Er ist auf jeden Fall einer der besten deutschen Innenverteidiger. Fertig aus. Mio, nur 21 Frankreich. Auch da muss ich immer dazu sagen, weil er es einfach so cool findet. Von Thierry Henry wieder berufen worden. Aber der leider Schlag aufs Knie auch nicht dabei. Und hoffentlich da natürlich noch ein bisschen hin. Jetzt noch eine Woche hin. Aber hoffentlich auch da jetzt nichts Schlimmeres, dass der jetzt irgendwie ausfällt oder so gegen Frankfurt. Das muss man, glaube ich, dann abwarten. Aber ich hoffe es mal nicht. Schlag aufs Knie. Klingt jetzt erstmal nicht so drastisch. Und jetzt auch noch gehört er fast klassisch dazu bei mir. Ein bisschen News-Mischmasch an VfB-Geschichten, die man ein bisschen schneller abhandeln kann. Nicht die Riesenthemen sind. Das Erste aber ist mal ein bisschen Werbung tatsächlich. Also hier ist auch also Werbung in Anführungszeichen gekennzeichnet. Der Kollege, der mit damals das Förster-Displayt geschickt hat. Und uns auch damals, zum Jahresanfang war es, glaube ich, ein Displayt-Gewinnspiel ermöglicht hat. Hat jetzt einen Shop eröffnet. Müsstu-Shop heißt das Ding, wenn ich es richtig ausspreche. Geiler Stuttgart-Kommt-Pulli da gerade in der Aktion mit dabei. Und eben auch die Poster. Wie gesagt, Displays und so, die ihr da kanntet. Und da auch, bin auch mit am Start. Tatsächlich freut mich sehr mit AFM5. AFM5 als Code sind da auch 5% drauf für euch bei den Postern. Jetzt gerne das ganze Ding mal abchecken. Auf jeden Fall lohnenswert das Thema. Kurzes EAFC-Update auch da. Bin ja eh ein großer Fan von den Evolutions und sowas. Kira C jetzt auch mal angesprochen, glaube ich, in einem der letzten Videos dazu. Jetzt auch hier anzusprechen, wer Bock hat. Wagnermann, könnt ihr easy mitnehmen. Auf Air for the Evolution. Natürlich keine riesengeile Karte, aber zockbar. Bei mir steht es im ersten Team, weil ich da eh nur auf Fun zock. Deswegen auch da gerne Wagnermann machen. Natürlich auch ein paar andere Spiele auch wieder möglich. Aber das sind so die, die ich jetzt mal gemacht hatte. Bald schon, am 21.11. kommt wohl ein Sondertrikot. VfB Stuttgart heißt das Ding. Also VfB Stuttgart, Kunst, wie auch immer. Geht um Kunst. Pink-Lila wurde ja schon vor Weile mal geleakt, quasi ein Pink-Lila-Ding. Vielleicht ist es das Torwarttrikot, wurde ein bisschen gemutmaßt. Trikot könnte, weil es dieses Announcement-Video gab vom VfB, vielleicht ein Schwarz-Gold sein, weil es da viel Schwarz-Gold war. Dazu gibt es aber halt irgendwie, glaube ich, ein Standbild, wo wir vielleicht das Trikot schon anhat. Da war es schwarz-weiß. Warten wir einfach mal ab, was da auf uns zukommt in Sachen Sondertrikot. Dann noch ein kleines Transfergerücht. Oskar Zambrano, gefilmten auf Twitter. Fußballeuropa.com berichtet das. Deswegen kleines Gerücht, nur von Twitter. Aber ich nehme es der Vollständigkeit mit rein. 19 Jahre alt, defensiviertes Mittelfeld, 1,5 Millionen Marktwert. Erste Liga in Ecuador. Wolfsburg wurde auch genannt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich bin kein Scout in Ecuador. Deswegen einfach mal abwarten, ob da noch mehr kommt. Vor allem, ob da eben auch, ich sage mal, deutsche und seriöse Medien dann noch drauf aufspringen. Dann wird es ja vielleicht ein bisschen wahrscheinlicher. Interessanter sicherlich. Matteo Klimovic ist ja noch offiziell bei uns, offiziell beim VfB. Bis Jahresende geliehen nach Mexiko noch. Atletico San Luis. Und eben aus dort, aus dort, perfekt. Von dort, aus Mexiko, wurde berichtet, dass die interessiert sind durchaus an der Verpflichtung, einer festen Verpflichtung von Klimovic. Und auch der kann es sich vorstellen. 23 Jahre alt, 1,8 Millionen Marktwert, 16 Spiele gemacht, ein Tor dort. Bei uns muss man also ehrlich sagen, ich glaube, keine Zukunft, überhaupt nicht. Potenzial bei dem war immer klar, aber eben nie nachhaltig bewiesen und gezeigt bei uns und sich eben auch nicht durchgesetzt. Deswegen, wenn das so, wie es ja auch klingt aus den Berichten hier, wenn das so für alle Seiten passt, dann sollen sie das doch gerne machen. Dann haben wir ein sehr wichtiges und richtiges Zeichen vom VfB Stuttgart. Zwei Fans haben nach dem Hoffenheim-Spiel, durch Aktionen im Hoffenheim-Spiel, Stadionverbot erhalten. Rassistische und antisemitische Aussagen gab es da. Finde ich sehr, sehr gut. Sehr, sehr klares Zeichen. Sehr, sehr wichtig, dass da so klar durchgezogen wird. So klar da einfach ein Strich gemacht wird in so Geschichten. Auch da, das ist dieses Dächle, wo man sich ja auch quasi an den VfB wenden kann, an den Betreuer wenden kann für Übergriffe oder auch solche Geschichten. Hat da wohl auch gezogen oder hat da funktioniert eben in der Situation mit den Aussagen. Also auch da Top-Konzept und sehr wichtig und richtig, ja, der klare Durchgriff da beim VfB Stuttgart. Und dann hat man auch ein Testspiel gehabt, in der Nürnberg-Pause gegen Nürnberg. Vor 700 Zuschauern sogar, also ordentliche Menge gewesen. Auch doch eine recht stramme Startelf hingestellt. Gibt natürlich viele Nationalspiele weg, vorhin schon angesprochen. Comeback von Dennis Simon, auch sehr schön. Tore Haraguchi und Eckloff 2 zu 0 gewonnen, das Ding. Das war es mit Teil 2. Jetzt heißt es für euch gerne dranbleiben und Teil 3 noch hinterher abchecken. Da geht es um Gerüchte zu Gerasi und Anton, die Ticketverkäufe aktuell und auch nochmal die Topspielwochen angesprochen. Natürlich auch wieder mal gerne hier alles in den Kommentaren, was ihr zu dem Inhalt hier zu dem Video zu sagen habt, zu den Themen zu sagen habt. Auch natürlich ganz klar Geschichte, Like und Abo, brauchen nicht drüber reden. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.